Hallo Leute, was geht und guten Morgen. Wir haben erst den 5. Dezember. Das Jahr ist bald vorbei, Leute. So krass. Aber ich bin echt gespannt und heute gehe ich nach Mainz. Und es war auf dem Linkenplatz. Sonst lernen. Ich weiß nicht, was noch so geht. Ihr werdet es ja sehen. Na Mama, Achtung, ich muss zurück. Ei, ei. Aber wie groß die Frau? Die Arbeiter. Ein Regenwurm, dann noch ein Regenwurm. Der heutige Adventskalender. Da geht es immer. Der Papa ist von gestern noch nicht. Okay, erstmal die Fragen. Ein Altruist? Ein Altruist ist... Was ist ein Altruist? Wer wird den Bundeskanzler? Der Bundeskanzler wird von den Parteien im Parlament gewählt? Nein? Hallo? Antworten wir doch bitte. Meine Mama sitzt da. Bundestagsabgeordnete. Ja, Bundestagsabgeordnete. Das sind doch... Ja, Bildung to go. Ein Gutschein für dich. Oh, wie süß! Da steht... Was für ein Gutschein? Ein Kinogutschein! Ah! Dann würde ich sagen, wir gehen mal in Tribute von Pannen, weil wir da eh rein müssen. Auf jeden Fall. Wir haben den noch nicht gesehen. Das ist doch traurig. Megasüß. Oh, mit Haarpflege! Und Essen! Die von Luca, das schmeckt ja eh nicht. Ja? Okay, von heute. Man weiß ja nicht, dass eine drin war. Na, Moment! Wir geben dir eine neue, Luca. Ja. Also irgendwie redet ja die ganze Zeit jeder von dieser Edeka-Werbung, dass die so süß ist und so. Und ich schau die jetzt halt an. Ja. Mal gucken, wie die wird. Oh mein Gott! Ach, ich freue mich! Oh mein Gott! Ach, ich freue mich! Und ich freue mich! Oh mein Gott! 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 Ey, jetzt hast du mal eine Zuckerschnecke! Waageiert den ganzen Tag zu mailbox! Oh mein Gott! Moy gab ja... Bist du mal eine Zuckerschnecke! Bist du mal ein Tostab haben! Bis zum nächsten Mal.